Wieder nix mehr. Moin moin, meine Gefliegenfolge, wie geht's euch? Bist du der Peter, oder was? Ich bin Peter, ja. Peter, freut mich, dich kennenzulernen, Digga. Kleiner Mixer. Ich hab gehört, du hast meine Freundin geflickt, stimmt das? Ich hab gar nichts. Er hat nix gemacht, Marcel. Jetzt liegt nett. So, ich sag euch eine Sache, ja, Milla. Ich bin kein Hure insofern. Mit dem du spielst, ja? Du bist meine Freundin. Und seh ich dich noch einmal mit so einem Bastard. Irgendwo rum knall ich euch beide ab. Hast du mich verstanden? In diesem Sinne, wieder schauen und reingehauen.